hallo leute und herzlich willkommen zum neuen video auf dem kanal heute werden wir eine wieder mal eine phrase aufnehmen bzw eine frage die ich gefunden habe bezüglich wordpress nämlich was ist ein slider eigentlich ich gehe zu ein paar basics durch einfach für diejenigen ich habe 2017 ist auch eine wordpress erklärung gemacht und möchte euch ein paar beispiele zeigen was es da gibt wie ein slider aussehen kann ich bin jetzt zum beispiel auf meiner persönlichen seite hier habe ich oben zum beispiel auch ein slider eingebunden schaut es nach keinem slider aus es schaut eher nur nach einem bild aus aber es ist auch mit einem slider plugin weil ich habe nur dieses hintergrundbild und dieses bild und der text ist darüber gesetzt aber halt nicht animiert bei mir auf meiner firmen homepage zum beispiel wenn wir die hier kurz neu laden seht ihr dass das hier auch ein slider ist da nutze ich leider revolution und hier seht ihr auch dass die einzelnen elemente hier animiert sind ja das könnte ich aussuchen das heißt das ist im eigentlichen sinnen slider und was gibt es da ist zum beispiel für plugins es gibt kostenlose slider ihr seht es jetzt eh bei den bestselling wordpress plugins ist slider revolution das ist der bekannteste danach kommt direkt layer slider responsive dann haben wir hier zum beispiel noch masters leider den kenne ich persönlich selber nicht und so weiter und so fort ich gehe jetzt mal kurz auf slider revolution ein und was es da für möglichkeiten gibt ja also ihr habt jetzt hier zum beispiel ein paar slider vorlagen ja das heißt das ist auch ganz cool wenn hier zum beispiel auf free geht habt ihr hier schon ein paar passende slider die ihr euch herunterladen könnt und hochladen könnt und damit euren eigenen inhalten rausnehmen könnt wie funktioniert das zum beispiel könnt hier zum einen youtube stream nehmen das würde das so ausschauen das könnte ein slider sein ja oder kann ein einfacher slider sein ob der dann über die ganze seite geht oder nicht ist was anderes hier hat man zum beispiel ein web produkt schauen wir uns das mal an hier seht ihr wie das dann ausschaut sehr schön gefährlich bei den dingen ist nur die brauchen relativ viel leistung oder beziehungsweise performance das heißt die müssen wirklich gut eingestellt sein ich meine slider revolution ist ja schon sehr gut aber schaut dass die bilder nicht so groß sind etc weil sonst haut euch das die ganze seite zusammen und denn es leider in der form animiert hat man meistens auf der ersten seite das heißt hier schaut einfach nur dass er das relativ gut einbindet und euch da auch informiert man kann sich ein bisschen vorstellen eigentlich wie eine powerpoint präsentation so wie jetzt hier wo man einfach ein video bild vielleicht ein paar elemente und so weiter einfach einbinden kann und dementsprechend schaut das das backend aus also zu den meisten premium teams wird auch so ein slider plugin mitgeliefert das heißt hier ist es einfach dann dementsprechend auch klar dass das dass man einen slider verwendet weil das einfach wunderschön ausschaut hier hat man jetzt zum beispiel auch ein paar vordefinierte slider nehmen wir das zum beispiel das fällt mir sehr gut so ein designer desk und wenn man dann runter geht macht eigentlich nicht viel außer dass ein bisschen mit geht aber das ist halt wunderschöne bilder etc das heißt das könnt ihr selber für euch komplett anpassen und könnt hier auf eurer seite eigentlich machen was ihr wollt kann ich auch gerne ein tutorial damit machen ich habe schon eins mit slider revolution gemacht da hat nämlich ein abonnent gefragt beziehungsweise den zuseher gefragt ein hintergrundvideo wie man das einbindet das könnt ihr mit leider revolution ganz gut machen verlinke ich euch jetzt im video dass euch das auch anschauen könnt ja und das allgemein zur frage eines leiders ja das ist ein slider kann in der form aussehen dass es zum beispiel ist nicht animiert ist also das heißt ihr seht ihr ich gehe jetzt auf meine coachings gehe wieder zurück auf home und ihr seht dass das zwar da rein fliegt aber mehr ist es nicht ja und das ist halt zum beispiel bei dem ist es mehr ich überlege gerade noch wo ich ich habe das auf verschiedensten seiten habe ich da einfach auch irgendwie slider gemacht in irgendeiner form was haben wir dann noch ja zum beispiel hier ein schöner autos leider hier habe ich für den kunden ein slider gemacht wo der mit einem effekt drauf liegt und dann kann man hier eben noch die verschiedenen elemente rein machen und hier sieht man das dinge card angebot sagt wenn man darauf klickt kommt man auch zum direkten artikel also das ist einfach ganz nett so interaktiv funktioniert eben auch im mobilen bereich sehr gut da müsste eben nur ein bisschen ja müsst ihr euch ein bisschen damit beschäftigen aber ansonsten ist das eine sehr coole sache das sind leider und somit haben wir die frage auch beantwortet bei wordpress was ist ein slider und ja ich wünsche euch einen wunderschönen tag bleibt motiviert und wir sehen uns im nächsten video